Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Tja, Tja! Tja, Tja! Tja, Tja! Tja, Tja! Jonah! Jonah! Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wagen sie ja nicht. Tja, Tja! Tja! Tja, Tja! Tja, Tja! Tja, Tja! Such da drüben! Jingle Hitzer. Ist da was? Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Dem Bereich ist nichts. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Der Sektor sieht leer aus. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Warum plötzlich so hektisch? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operationseinsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, hab ich alles vergessen. Vorposten? Ich hab hier was. Melde mich wieder. Ausschwärmen. Aber haltet sich Kontakt. Verstanden, Team Leader. Geh voraus. Fassenbereit halten. Ich benutze den Schlamm als Tarnung. Ich hab hier was. Ich hab sie. Weiterfeuern. Ich hab sie. Weiterfeuern. Jetzt heißt es du oder ich. Du bist allein. Was kannst du schon ausrichten? Wo ist sie? Okay. Letztes Gefecht. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und trittet sie. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Vielleicht ist sie hier drüben. Ich gehe darüber, du bleibst hier. 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 Da, du weibst hier. Scheiße. Komm schon. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpeanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch ungestanzte Worte blockiert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorweben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben. Richtig? Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentleman. Ich gehe voraus. Ich hab was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg's nie zum Laufen, wenn du mich so weit hernerst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rourke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Es geht los. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Ich reiß von der Seite an. Schieß! Ich lege es los. Bist du immer noch bereit? Jetzt dauert es nicht mehr lange. Mach das mal. Mach das aus, oder? Es ist keine Scheiße. Ich muss sie finden. Na ja. Was? Echt jetzt? Heilig. Ich muss überall nachsehen. Zielperson hat sich zurückgezogen. Suche läuft. Jede tässä. Problem. Lass dir nur Zeit. Der5. Nimmst du mit deinen Arsch? Keine Schatz. Und du ist immer wie ar fluoruzu. Geh! Verdammt Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Wo ist dahinter? Was ist jetzt? Hier gefällt es nicht. Geh! Okay. Das ist ein Teufel. Jetzt seh mich mal rum. Was? Wie geht das denn an? Das ist irgendetwas. So heißer! Aufpassen! Jetzt wird die Augen offen. Was zum Teufel! Hier geht irgendwo scheiß vor sich. Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Findet ihr Mistkerne das wahr? Habe Sicht! Ja! Bist du immer noch bereit? Torposten! Schickt noch ein Team zu mir! Scheiße! Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Oh! Das war's. Bist du okay? Phantastase, Erdbeben? Ich bin bei einer Höhe, finde ich! Ist alles in die Luft geflogen! Nein, Jonah! Raus aus dem Kanal! Was? Sie hören mit! Okay. Ich finde dich! Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Broke out. Gott, siehst du scheiße aus. Wo bleibt die Verstärkung? Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? Verdammte Scheiße. Vom Leben ist diesmal gar nicht der Generator. Das Ding wird gleich hier sein. Aufpassen. Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? Wir sind viel mehr. Verbindung hergestellt. Mal sehen, ob wir sie finden. Ich hasse es, in der Defensive zu sein. Selbst die Natur ist auf ihrer Seite. Auschwärmung! Massen bereithalten! Ich muss überall nachsehen. Bleibt wachsam und findet irgendwas. Bereit machen Sie angehören. Die Suche läuft. Lose Rautenformation. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Schießt bei Sichtkontakt. Oh, ich muss es finden. Bleibt zusammen. Findet sie. Sammeln. Schießt bei Sichtkontakt. Du kannst genauso gut aufgeben. Das war's. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Das war's. Ich hab das Ziel erfasst. Das war's. 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 Ich muss es zielen. Cowgirl. Ich wurde nach Gett zurück beordert. Winters, Croft gehört Ihnen. carnage! Das war's. Verspug Puff, ruf! Scheiße! Das hier will wir ihn tun. Und zwar siehe! Auf siehe! Heiß denn, Feuer! Du kannst ihn nicht verstecken! Scheiße! Kann er nicht tun! Doch so als Treffer verkraften wir ihn! Auf siehe! Ich bitte nicht! Ich bin jetzt hier! Mayday! 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 Keine. 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 Hey. Alles okay? Ich mach alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Joan? Wie war der Hinweis, Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? So was wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den Heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Dude! Das表ure ist beteilig. Weltsch? Untertitelung des ZDF, 2020